Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uncharted 2 Among Thieves und wir machen hier wieder weiter. Jetzt haben wir hier sozusagen aufgehört. Werden wir auch hier weiter machen. So. Jetzt haben wir auch eine komische Kreatur kennengelernt. Was ist ein bisschen... Okay. Wie machen wir das jetzt? Ah, okay. Ähm. Okay. Dann können wir hier hoch. Und einmal hier. Sehr gut. Schauen wir es halt irgendwie irgendwo hoch. So, jetzt aber. Das war knapp. So, dann gehen wir mal hier runter. So, dann müssen wir denke ich schon mal hier hin. Okay. Wie kriegen wir das jetzt niedriger? Muss ich irgendwas abschießen? Oder? Gucken wir mal hier. Ah, okay. Okay. Ah, okay. Sehr gut. So, dann kommen wir jetzt nämlich hier hoch. Okay. Ähm. Ja. Okay. Wir müssen auf die andere Seite. Oh. Das war knapp. Sehr gut. Okay. Das war knapp. Und hier rüber. Uh. Okay. Das war knapp. Und hier rüber. So. So. Wir müssen jetzt hier rüber. Und hier rüber. Was? Ich dachte, ich muss... Okay. Ich dachte, wir müssen da rüber. Okay. Hätten zu besorgen gewusst. Aber leider ist die Endeplatte leider kaputt gegangen. So. Einmal hier hoch. Dann müssen wir da rüber. Aber ich muss sagen, wir kommen bis jetzt gut voran. Ja gut. Wir sind einmal runter gefallen. Aber wo jetzt? Ah. Okay. So. Das war knapp. Und einmal da hoch. Oh, das war knapp. So. Einmal hier rüber. Oh. Das war eigentlich jetzt nicht. Aber irgendwie hast du geklappt. Okay. Wo jetzt? Wo jetzt? Wo jetzt? Ah, da. Ist noch was. Aber wir kommen schon hier jetzt hin. Aber wir kommen schon hier jetzt hin. Aber warum müssen wir denn nur langen? Ein gutes Bild ist halt, dass wir hier jetzt nochmal machen müssen. Das ist da gar kein Problem. So. Nein. Da rüber. Und loslassen. Loslassen. Da rüber. Und hier rüber. Und hier rüber. Und hier rüber. Aber wo jetzt? Ah. Da. Zum Seil. Ah. Sehr knapp. Okay, müssen wir hier runter. So, einmal hier hoch. Einmal hier hoch. Sehr gut. Und hier rüber. Können wir hier noch irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Ah, hier. Ist hier noch ein Schalter? Nein, nein, nein! Toll, wie soll ich da jetzt rüberkommen? Hm. Was ist hier runter? Okay. Denk ich mal hier so rüber. Ich glaube wir müssen jetzt da rüber. Okay. Zur Stange. Und dann da rüber. Okay. Wo jetzt? Ich laufe hier ganz hoch und dann versuchen wir dann runter zu fahren, damit wir dann auf die andere Seite kommen. Und jetzt. Okay, wir müssen doch noch ein bisschen... So. Geschafft. Das war echt knapp. So, dann müssen wir glaube ich hier runter. Ein Fehler, die es wissen wollen, ich spiele es blind. Also, weil ich zum Beispiel jetzt nicht äh, ja. Isaac weiß, wo ich hin soll. Ich spiele es ja wie gesagt blind. So. Okay. Das sind wir hier. Aber wo jetzt? Ich dachte vielleicht hier ist hier, aber... Hier ist Eis und da kommt es schon hin. Hm. Hier ist so rum. Okay. Oh, sehr gut. Huh. Ah, da ist noch ein Schalter. Das soll ja wohl ein Witz sein. Gute Reflexe. Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Ok, dann gehen wir mal schnell rüber. Ich glaube das hält bestimmt gerade. Und geschafft. Ja, dachte ich mir das runter geht. Hoffentlich gibt es noch einen Weg raus. Drake, helle Scho. Das muss sie sein. Schäfers Expedition. Der Tintamani Stein. Das Harz. Na nun, sieh mal einer an. Die wurden alle erschossen. Das ist die Irmensäule der Lebensbaum. Das Ahnenerbe. Das waren alles SS Leute. Was wird dann aus dem Mann? Tenzin, Schäfer war das. Ah. Schäfer war das. Ja. Ja. Nur so konnte er sie stoppen. Schau. Verdammt. Wir müssen von ihr verschwinden. Sofort. Okay. Das würde ich sagen. Machen wir lieber den nächsten Part. Ich hoffe es hat euch gefallen. Aber nix machen wir dann hier weiter. Und dann versuchen wir zu entkommen denke ich mal. Ja, was euch natürlich gefallen hat. Könnt ihr gerne. Daumen nach oben geben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.